Die neue Entwickler aus Deutschland an den Start gehen, viel beachtet schon in der ganzen Welt. Der Core 700 wird von dem Teampilot Tim Vögel gleich mal vorgeflogen. Also wer sich für den neuen Core interessiert, wird hier vorne gleich irgendwo passieren. Wer Interesse hat an dem Core 700, neue Entwickler aus Deutschland. Wie gesagt, in ein paar Minuten wird Tim Pilot Tim Vögel den Core hier vorne fortnehmen. Die neue Entwickler aus Deutschland an den Start gehen, viel beachtet schon in der ganzen Welt. Die neue Entwickler aus Deutschland an den Start gehen, viel beachtet schon in der ganzen Welt. Die neue Entwickler aus Deutschland an den Start gehen, viel beachtet schon in der ganzen Welt. Das war's für heute. Ja, dankeschön. Ja, an der drüben steht.